Hallo, in diesem Video nur ganz kurz vorgestellt, dass Google nun die vollständige Teilweise Einbindung von Videos ermöglicht. Teilweise insoweit, dass sie also nicht ein vollständiges Video einbinden müssen. Dass der Startpunkt gesetzt werden konnte, das haben wir ja schon länger. So konnte man z.B. in einem 10 Minuten Video direkt problemlos auf die 8. Minute springen lassen bei einem eingebetteten Video, wenn dort in der 8. Minute der interessante Teil des eigentlichen Videos erst anfängt. Nun ist also auch noch das Ende hinzugekommen, dass das Video also nicht unbedingt bis zum Ende läuft, sondern halt nur so lange, wie das derjenige, der das Video einbettet, gebrauchen kann. Testweise habe ich das jetzt hier schon mal an einem unserer Videos eingerichtet. Einfach entweder Link über die Beschreibung folgen oder www.sempervideo.de. Da habe ich mal ein altes Video von uns genommen, das habe ich eingebunden. So und dann sehen wir hier schon am Player direkt den Unterschied. Dieser Startbutton sage ich jetzt mal, der hier eigentlich dieser runde Kreis ist, der ist jetzt nicht ganz vorne, weil ich eben angewiesen habe, das ganze Video soll erst bei einer Minute starten und dann läuft das 60 Sekunden durch und hier ist dann schon wieder Schluss. Und der entsprechende Code darunter, den habe ich auch mal darunter gepackt. Im Großen und Ganzen nichts Besonderes. Das hier ist ja quasi der Videoname und die entsprechenden Parameter werden mit einem Fragezeichen angehängt. Das kennen wir auch schon und zwar eben mit Start. So und wenn Sie das Video hier sehen, dann habe ich das Ganze so weit geändert, dass eben Start zehn Sekunden ist. Sie werden das dann daran erkennen, dass halt das Intro komplett übersprungen wird, unser Video also sofort beginnt. Und das Ende wird dann ebenfalls angegeben. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich möchte, dass das Video zum Beispiel 20 Sekunden läuft, sondern eben, ich muss angeben, nach 30 Sekunden Gesamtzeit ist halt Schluss. Ist also eine einfache und eigentlich auch ganz nützliche Sache. Auf jeden Fall konsequent zu Ende gedacht, wenn wir schon den Startparameter haben, jetzt auch noch das Ende setzen zu können. Wenn wir also demnächst wieder danach gefragt werden, was hat es eigentlich mit dem Quarte Abitur auf sich, dann können wir einfach auf das entsprechende Video verlinken. Das ist glaube ich auch so an die 14, 15 Minuten lang und dann einfach sagen, hier, Minute 13 bis 14,5, da wird das Ganze dann eigentlich erklärt. Okay, machen wir uns nichts vor. Am Ende, zumindest bei der Frage, sind Sie nach dem Video auch nicht viel schlauer. Okay.